Hey Bibi! Ja? Die Hasen hier im Gehege haben ja ganz viele Äpfel. Komm, wir füttern lieber die im Stall. Die haben noch gar nichts zu essen bekommen. Okay. Du? Tina? Tina, kannst du mir bitte die Wasserflasche bringen? Ja, kann ich. Mein Knie. Hier, bitte. Danke. Hm, tut so gut. Danke, Tina. Bitte. Luke? Ja? Lass uns doch halt was zu trinken holen. Die sehen sehr durstig aus. Natürlich. Wir können drüben am Gehege hängt noch eine Wasserflasche. Ja, zwei. Oh ja, die waren wirklich durstig. Aber jetzt haben sie ja getrunken. Wollen wir nicht Tina fragen, ob sie ausreiten geht mit uns? Ja, okay. Tina? Ja? Die Bibi und ich, wir haben uns überlegt ausreiten zu gehen. Magst du mitkommen? Ja, okay. Bibi, Tina, kommt her. Ihr müsst eure Halfter noch holen. Okay, wir kommen. So. Also, dann los zu den Pferden. Okay. Okay. So, super. Los geht's. Okay. Wir können losreiten. Aha, Tina. Ich hab dich überholt. Bibi, warte doch auf uns. Okay. Mensch, macht das ein Spaß. Ja. 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 Ich werd die Schnellste sein. Hey, wir machen doch kein Wettrennen. Doch. Auf, dann los. Okay. Jihau. Ja. So? Oh, wow. Hier ist es ja schön. Ja. Wir sind ein bisschen in die Wüste geritten. Na, wollen wir hier nicht ein Picknick machen, bevor wir zurückreiten? Doch, können wir. Ich hab was dabei. Oh, super. Dann bauen wir alles auf. Okay. Oh, ist das schön hier. Okay, ich hab's kacken. Das war jetzt aber schön. Das müssen wir bald wieder machen. Oh, ja. Jetzt ruhen wir uns noch ein bisschen aus und dann reiten wir nach Hause und bald wiederholen wir das. Ja. Tschüss. Tschüss.